Wusstest du, dass das Märchen Rotkäppchen eigentlich ein Märchen über die Pubertät ist und der böse Wolf für die animalische, sexuelle Natur, den sexuellen Drang des bösen, bösen Mannes steht und entsprechend die Geschichte Rotkäppchen darauf abzielt oder die Moral dieses Märchens ist Halte dich fern von Fremden oder pass auf vor Fremden und ganz besonders Männern Ist ganz interessant, wie Märchen sich dann auch im Laufe der Jahre so verändert haben und so weiter Warum spreche ich von Märchen? Weil Märchen einfach nur eine Form von Geschichten sind, die wir uns über Jahre erzählt haben und diese Geschichten immer eine Weisheit mit sich tragen Und heute möchte ich einmal das Märchen von, ich glaube man nennt es die drei kleinen Schweinchen Wie da mit einem bösen Wolf beleuchten Und das kennst du vielleicht, da sind diese drei kleinen Schweinchen und die streiten sich darüber, welches Haus denn das beste ist Und der böse Wolf, der dann entsprechend eine andere Rolle in diesem Märchen spielt Der kommt dann vorbei und will dann die kleinen Schweinchen fressen Und die Schweinchen achten dann darauf, dass sie das perfekte Haus haben, damit der Wolf das nicht umpusten kann Um an die Schweinchen zu kommen So, der Wolf steht für die Widerstände, für das Leben, für Dinge, die in deinem Leben auftauchen Für Kritik, für andere Menschen in deinem Leben, für Widerstände in deinem Leben Für etwas, was ein wenig anstrengend in deinem Leben sein kann Etwas, was dich herausfordert Du bist jedes dieser drei kleinen Schweinchen Und das Haus, sowohl Stroh als auch, also die drei kleinen Schweinchen bauen jeweils ein Haus Einmal aus Stroh, einmal aus Holz und einmal aus Stein Um sich gegen diesen Wolf zu verstecken oder zu schützen Und jedes dieser Häuser steht dafür, wie gut du gewappnet bist Gegenüber Kritik von deinen Mitmenschen Und wie stark dein Fundament im Leben ist Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ein Strohhaus nicht sehr stark ist Und entsprechend ein Steinhaus sehr stark ist gegenüber Wie auch im Märchen, gegenüber den Widerständen im Leben Das Haus oder das Fundament oder beziehungsweise die Materialien des Hauses Sind deine Glaubenssätze Das, was du über dich denkst Wie gut du geschützt bist vom Leben Das ist dein Haus, ist dein Selbstbewusstsein Und du bist das kleine Schweinchen im Haus Und wie gut bist du vor diesen Widerständen geschützt Darüber reden wir heute Es geht um Glaubenssätze, es geht um Worte Und es geht darum, dein Selbstbewusstsein final endlich so aufzubauen, wie du es gerne hättest Und welche Fallen du dir stellst Glaubenssätze kannst du dir vorstellen wie eine Art von Gewohnheiten Gedankengewohnheiten, die du hast Und um das zu verstehen, musst du dir einmal anschauen oder einmal durchgehen und einmal begreifen Wie Gewohnheiten und Glaubenssätze damit überhaupt entstehen Unsere Gedanken erzeugen gewisse Gefühle Also wir denken etwas, wir denken irgendwie Diese Frau ist hübsch Und das sorgt für ein gewisses Gefühl Zum Beispiel ein Gefühl von Aufregung Ein Gefühl von Ehrregung vielleicht Und aufgrund dieses Gefühls Handeln wir oder handeln wir nicht Je nachdem, welchen Glaubenssatz wir da drunter stecken haben Du wirst nämlich sehen, das ist eine Form von Zirkelbezug So, wir sehen dann die Frau und haben dann ein gewisses Gefühl Und handeln oder handeln nicht dann deswegen Und weil wir das oft genug machen Die Handlung oder die Nichthandlung Entsteht daraus eine Gewohnheit Und diese Gewohnheit wird dann bestimmt dann unser Leben Unser Leben ist bestimmt von Person zu Person unterschiedlich Je nachdem, wie achtsam du bist Dann bist du eher auf dem unteren Spektrum als auf dem oberen Spektrum Aber unser Leben ist bestimmt von 40 bis 60% der Dinge, die wir tun Und der Gedanken, die wir denken, Gewohnheit Unser Leben ist bestimmt von Gewohnheiten Und das bedeutet, die Gedanken, die wir denken Und die Gefühle, die wir dadurch haben Und die Handlungen, die wir dadurch tun oder unterlassen Sorgen für gewisse Gewohnheiten Und die machen wir am nächsten Tag genauso wie gestern Und den Tag davor Und den Tag danach Und den Tag danach Und so weiter Wenn wir das nicht bewusst machen Karl Gustav Jung hat es sogar schon gesagt Vor knapp 200 Jahren Solange wir das Unbewusste nicht bewusst machen Wird es uns führen Wird es uns leiten Und wir nennen es dann Schicksal Und dein Ziel Um selbstbewusst zu werden Um endlich das finale Selbstbewusstsein zu erreichen Der selbstbewusste Mann zu werden Der du sein möchtest Ist dein Ziel So viele der unbewussten Gewohnheiten, die du hast Bewusst zu machen Um bewussten Gedanken bewusst zu machen Und das sind dann auch die Glaubenssätze Also Unsere Gedanken bestimmen Gefühle Wir sehen die Frau Und sie löst eine gewisse Aufregung in uns aus Und dann sagen wir Wir handeln Wir handeln Und dann sprechen wir die Frau an Und Daraus entsteht jetzt vielleicht nichts Oder Wir Wir sprechen mit der Frau Wir wissen nicht, was wir sagen sollen Fühlen uns dann irgendwie Fehl am Platze Und merken dann vielleicht irgendwie Dass andere uns ausgelacht haben So Vielleicht damals in der Grundschule Das ist vielleicht Dir damals in der Grundschule auch passiert Oder in In deiner Jugend Generell Und Dann machst du dir eine mentale Notiz Ach guck mal Wenn ich das mache Passiert das Und das ist ein ganz schlimmes Gefühl Deswegen lasse ich das Aber du hast trotzdem wieder Das nächste Das nächste Mal den Gedanken Wenn du eine hübsche Frau siehst Oh die mag ich Die ist hübsch Und das löst ein Gefühl in dir aus Und dann handelst du nicht Weil du willst nicht wieder diesen Schmerz haben Und das nächste Mal siehst du wieder eine Frau Die dir gefällt Du hast wieder das Gefühl der Aufregung Der Erregung Und du handelst wieder nicht Und wieder nicht Und wieder nicht 30 Jahre später Bist du hier Und hörst den Podcast Bist du hier Und bist auf YouTube unterwegs Liest dir Bücher Kaufst dir Bücher Gehst auf Events Wahrscheinlich Was gut ist Und willst das ganze Thema Für dich lösen Das ist eine gute Sache Das Ding ist aber Wir machen Wir versuchen das dann oft im Außen zu lösen Wir versuchen oft dann irgendwie durchzubrechen Durch diese Gewohnheit Wir versuchen dann Eine bessere Stärkere Oder einen besseren Spruch zu haben Vielmehr Einen Spruch parat zu haben Besser vorbereitet zu sein Auf die Eventualität Wenn wir das nächste Mal diese Frau sehen Und uns dann wieder nicht trauen Dahin zu gehen Weil wir uns daran gewöhnt haben Dass wir Frauen nicht ansprechen Wir haben eine Gewohnheit entwickelt Eine hübsche Frau Die wir sehen Nicht anzusprechen Und um diese Gewohnheit zu überbrücken Müssten wir Extrem viel Kraft anstrengen Eine Gewohnheit aufzubrechen Ist mit Anstrengung verbunden Und das mag unser Gehirn nicht Und Daher finden wir immer wieder Ausreden Warum es nicht geht Und diese Ausreden greifen zurück Auf den Glaubenssatz Auf den Glaubenssatz Den wir damals entwickelt haben Als uns das erste Mal passiert ist Dass wir irgendwie Eine Nicht so angenehme Situation Erlebt haben Und dieser Glaubenssatz Den viele Männer damit sich rumschleppen Ist dann zum Beispiel Frauen mögen mich nicht Ich bin abstoßend Oder Erfolg bei Frauen Ist nur anderen vorbehalten Und aufgrund dessen Werden sie dann vielleicht verbittert Verängstigt Oder Schlimmeres Depressiv Vielleicht sogar Weil sie sich so alleine fühlen Und weil sie glauben Irgendwie Dass der Zug abgefahren sei Weil sie schon 40, 50, 60 Jahre alt sind Oder vielleicht sogar schon Eine Ehe hinter sich hatten Und die falsche Frau kennengelernt haben Und dann einfach glauben Ja Ich habe jetzt einmal falsch gewählt Das Hätte jetzt besser sein müssen Oder Wie kann es denn sein Dass ich mit Mit 30, 35 Immer noch keine Freundin habe Und dann machen sie sich Ganz viel Panik Und so weiter Und das einfach auf den Glaubenssatz Zurückzuführen Den sie damals entwickelt haben Einfach weil sie Eine Eine Zwei Drei Negative Erfahrung Gesammelt haben Dass sie nicht gut genug sind Dass Frauen sie nicht mögen Und diese Glaubenssätze Sind dann vergleichbar Mit dem Strohhaus Des kleinen Schweinchens Und Der nächste Wind kommt Der nächste böse Wolf kommt Und pustet es um Und Tada Das Schweinchen Liegt auf dem Boden Ohne Schutz vor seinem Haus Und wird vom bösen Wolf gefressen Tatsächlich wäre es doch besser Glaubenssätze zu haben Die ein solides Fundament aufbauen Und daher ist es so wichtig Dass wir Dass wir unsere Wortwahl Ganz genau anschauen Ich sehe das so oft Und ich Ich habe das Gefühl Dass ich mich Alle drei Drei Podcast Folgen Wiederhole Und wie Wie eine kaputte Schallplatte klinge Aber Es gibt gewisse Es gibt gewisse Worte Die ganz Prekär sind Wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht Dass viele Menschen Noch in Deutschland Benutzen Oder die viele Menschen Noch in Deutschland Benutzen Diese Worte Und Generell Worte Sind die Kleidung Der Gedanken Wenn wir unsere Worte Nicht Wählen Nicht genau Wählen Dann brauchen wir uns Nicht wundern Warum wir am Ende des Tages Nicht der selbstbewusste Mensch sind Der wir sein wollen Das erste Wort ist etwas Das ist so geläufig Das ist schon verrückt Wie Wie es sich dadurch Verstecken kann Dieses Wort wird Im normalen Sprachgebrauch Du benutzt es wahrscheinlich Ständig Dein Umfeld benutzt es Ständig Obwohl Diese Personen Etwas anderes Meinen Aber sie benutzen das Und merken gar nicht Wie dieses kleine Wort Diese drei Buchstaben Die sie einfach nur Mit anderen drei Buchstaben Austauschen könnten Erheblichen Schaden Anrichten Und diese drei Buchstaben Dieses kleine Wort Ist das Wort Mann Mann traut sich ja nicht Dann Frauen anzusprechen Auf der Straße Mann oder Du Mann oder Du Ist etwas Was ich Was ich dann ständig Im Mindset Call Gestern auch wieder Wenn die Männer das sagen Wenn sie Mann sagen Statt ich Und das ist entsprechend Genau das Ding Du sagst Mann Wenn du ich meinst Und immer wenn sie Mann sagen Dann stoppe ich sie Und sage Mann oder Du Dann zieht sich das Manchmal schon so ein bisschen Und dann müssen sie Von vorne anfangen Den Satz Aber Ich fühle mich dann Manchmal auch schon Sehr und extrem Pedantisch Aber genau das Ding Ist es Wenn wir Mann sagen Aber ich meinen Ich meine Vergleich das mal Sag das mal gerade Für dich selber Egal wo du bist Du kannst im Kopf sagen Wenn du gerade irgendwie Unterwegs bist Und Menschen um dich herum sind Oder wenn du alleine bist Kannst du auch gerne gerade sagen Mann Hat Angst davor Frauen anzusprechen Und jetzt sag mal Ich habe Angst davor Frauen anzusprechen Mann hat Angst davor Frauen anzusprechen Ich habe Angst davor Frauen anzusprechen Wenn du dich da mal reinfühlst Wirst du wahrscheinlich fühlen Wie bedrohlicher Wie viel bedrohlicher Und wie viel stärker Ich habe Angst davor Klingt Als Mann Und der Grund ist Ist simpel Mann ist eine Dissoziation Ist eine Generalisation Eine Verallgemeinerung Wir verallgemeinern Wenn alle Angst davor haben Dann ist es ja nicht schlimm Dass ich Angst davor habe Alle haben ja Angst davor Alle machen das ja nicht so gerne Frauen anzusprechen Niemand macht es gerne Frauen anzusprechen Und deswegen ist es okay Dass ich dann auch Angst davor habe Deswegen kann ich generalisieren Mann hat Angst davor Frauen anzusprechen Aber das stimmt nicht Du hast Angst davor Aber indem wir sagen Mann Oder indem dein Ego Dich dazu beschwichtigt Mann Statt ich zu sagen Nimmst du dir Die Chance zum Wachstum Denn Wenn alle das Problem haben Wenn alle Sauerstoff atmen Wenn alle Luft atmen Dann Dann ist das so Dann brauchen wir Nichts daran ändern Ich habe nichts gegen Gegen Sauerstoff Gerade Ich sage nicht irgendwie Das ist eine Big Oxygen Firma Hinter oder so Der Punkt ist Es gibt gewisse Sachen Die Die wirklich alle tun Mann hat Blut Im Körper Mann Atmet Sauerstoff Mann Ernährt sich So Das ist richtig Aber Mann hat Angst davor Frauen anzusprechen Ist nicht richtig Das stimmt nicht Aber wenn du das sagst Nimmst du dir den Druck Dann tut das nicht so weh Und Dann wird sich auch nie etwas An deiner Situation ändern Wenn du aber Mann statt ich Ersetzt Selbst wenn du sagst Mann atmet ja Sauerstoff Und einfach sagst Ich atme ja Sauerstoff Übernimmst du einerseits Mehr Verantwortung Über dich und dein Leben Und zweitens Du kommst in Situationen Wo du deine Glaubenssätze entlarvst Wo du merkst Ich habe ja Angst davor Frauen anzusprechen Und es tut weh Dann weißt du Dass da der Weg ist Dass da der Weg ist Dich weiterzuentwickeln Dass da der Weg ist Da mal tiefer zu bohren Ich habe Angst davor XY Oder ich mache dies und das Ist Das Das Steckt dich auf den Fahrersitz Deines Lebens Ein weiteres Beispiel ist zu sagen Ja jemand müsste mal wieder den Rasen mähen Und du hörst das Und dann Denkst du dann Dass du das machen musst Oder ist es dann Ja Ja Jemand sollte das mal tun Ja finde ich auch Es wird sich nichts ändern Oder Beispiel Jemand hat einen Unfall Und Und du gehst da hin Und alle stehen da drum rum Und du rufst Jemand ruft mal bitte Notarzt Wird jemand Ein Notarzt rufen? Nein Du musst jemanden auswählen Du Du rufst den Notarzt Du holst warmes Wasser Oder so Mehr Verantwortung Sein muss Oder dass du keine Fehler Haben Ist Druck Druck Du dir sowieso schon machst Du machst dir sowieso schon den Druck Und dann machst du dich fertig Und denkst schlecht über dich Und beim nächsten Mal machst du dir noch mehr Druck Und denkst dir jetzt muss es aber klappen Und das machst du zehn Jahre lang Und dann ist der Druck immens groß Und dann denkst du dir wieder Jetzt muss es doch endlich mal irgendwie klappen Warum klappt es denn nicht Muss, 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 muss Ersetze muss Für mindestens eine Woche Durch das Wort dürfen Darf Ich darf das jetzt auch noch machen Selbst wenn du sagst Ich darf jetzt auch noch aufs Klo gehen Dürfen ist Wenn du müssen Den Druck durch dürfen ersetzt Eine Woche lang Wirst du merken Dass du viel mehr Dankbarkeit entwickelst Du bist bescheidener Und dadurch bist du weniger im Ego Ego ist Druck Ego ist nicht Selbstbewusstsein Das Gegenteil von Ego Ist Selbstbewusstsein Ego bedeutet Nur ich Nur ich bin toll Nur ich bin schlecht Alle anderen sind gut Alle anderen sind schlecht Ich gegen dich Die gegen mich Wir gegen sie All das ist Ego Ich bin das Opfer Du bist der Täter All das ist Ego Selbstbewusstsein hingegen Ist wir gemeinsam Selbstbewusstsein ist Liebe Selbstbewusstsein ist Miteinander Selbstbewusstsein bedeutet Im kollektiven Bewusstsein Dein Selbst Zu kennen Zu wissen wer du bist Bewusstsein Wissen Wer du bist Selbst Wer du im Gesamten Bist Das bedeutet nicht Ich gegen dich Ego ist das Gegenteil Von Selbstbewusstsein Und wenn wir Im Dürfen sind Statt im Müssen Muss Druck Ego Mangel Selbstbewusstsein Liebe Gemeinsamkeit Fülle Unabhängigkeit Dann sind wir da Wie gesagt In der Dankbarkeit Ich darf jetzt auch noch Auf diese Frau dazugehen Und sie ansprechen Ich darf mir jetzt auch noch Ihre Nummer holen Sag das mal Ich muss jetzt noch Auf die Frau zugehen Und dann sag mal Ich darf jetzt noch Auf die Frau zugehen Was fühlt sich besser an? Und am Ende des Tages Geht es darum Wir glauben sehr oft Gerade in dieser Hustle-Kultur In der wir gerade so stecken Von 4.30 Uhr morgens aufstehen Und dann musst du Eine extensive Morgenroutine Von 24,3 Stunden haben Bevor dein Arbeitstag Anfängt Und dann musst du 17 Minuten kalt duschen Und dies und das machen Muss, muss, muss Dieser Druck Ist ein Oder dieses Müssen ist Und vor allem Diese Morgenroutine Und diese Hustle-Culture Und so weiter Das ist ein Schrei Nach Kontrolle Wir glauben, dass wir Unser Leben sonst nicht Unter Kontrolle hätten Und dass wir Irgendwie aus der Bahn Geraten und so weiter Und das ist alles Ego Das ist ein Misstrauen Ein Nichtvertrauen Gegenüber dem Dass wir Dass wir unsere Ziele erreichen Dass das Universum Gut Es gut mit uns meint Dass wir Auf unserem Weg sind Würden wir loslassen Und in die Leichtigkeit Kommen Würden wir auch Unser Ziel Erreichen Wir würden vielleicht Nicht Das Ziel X erreichen Wir wollen vielleicht Wir denken vielleicht Unser Ziel Ziel ist vielleicht Ich hätte so gerne Ein blaues Auto Ich will ein blaues Auto Ich muss ein blaues Auto Haben und dann Hustle ich dafür Und arbeite ich Richtig hart dafür Oder dieses blaue Auto Kann dann auch Entsprechend eine gewisse Frau sein Die du dir ausdenkst Und all das ist Ego Das ist Versteifen Das ist Scheuklappen Aufsetzen Auf dieses Eine Ziel Und dann hat diese Frau Vielleicht irgendwie Ist in einer Beziehung Und so weiter Oder zieht weg Oder was auch immer Oder steckt dich In die Friends Und so weiter Und Du versteifst dich Verbeißt dich da drin So extrem Dass du gar nicht siehst Links und rechts Weil du deine Scheuklappen auf hast Dass da noch ganz ganz viele Andere Frauen sind Dass da nicht nur Dieses blaue Auto ist Sondern dass da ein gelbes Auto ist Was dir auch gefallen könnte Was dir vielleicht sogar noch mehr gefällt Weil das mehr Deiner Persönlichkeit entspricht Wir haben ein Zwischen unseren Ohren sitzt Ein extrem impotenter Gott Das heißt extrem impotent Es gibt halt nur 0 oder 1 Potent oder impotent Und dieser impotente Gott Zwischen unseren Ohren Der glaubt Das ist unser Ego Der glaubt Dass er die Realität beeinflussen kann Die Realität biegen kann Nach seinem Willen Und dann stellt er fest Dass er das nicht kann Dass er nicht die Realität Biegen und bändigen kann Nach seinem Willen Und dann wird er Dann wird er böse Dann wird er wütend Und dann tobt er Und dann Oder er wird vielleicht sogar Extrem traurig und depressiv Und dann stehen wir da Und sind traurig Oder wir stehen da Und sind wütend Und werden Gehen in einen gewissen Stolz Oder in eine gewisse Scham Entweder eine Scham von Ach ich bin nichts wert Alle sind besser als ich Ich werde nie mein Ziel erreichen Das Thema Frauen Kann ich ja jetzt schon abhaken Obwohl ich erst 22 bin Oder wir gehen in einen gewissen Stolz Indem wir sagen Ach den zeige ich jetzt aber Den zeige ich aber mal hier Den ollen Weibern Und wo es lang geht Und dann Verkrieche ich mich in irgendwelche Redpill-Fuhren Und werde ein extrem Weirder Dude So Das ist Das ist Ego Weil wir uns auf etwas versteifen Was Weil wir glauben Wir müssen das irgendwie erreichen Um etwas zu beweisen Um uns was zu beweisen Aber nicht mal das Meist um irgendwie Von unserem Vater zu hören Dass er stolz auf uns ist Das ist sehr oft bei Männern Der Grund Warum sie Warum sie all diese Statusgespiele machen Von Schnell ganz viel Geld verdienen Oder schnell den Den starken Körper aufbauen Schnell die Die breiten Muskeln aufbauen Und helfen danach mit Steroiden Nicht alle Natürlich Ähm Helfen danach Um Schneller Besser mit Frauen zu werden Damit ihr Vater sieht Dass sie Nicht schwul sind Oder damit ihr Vater sagt So Ja du ist mein Junge Ja Anstatt ihr eigenes Leben zu leben Und anstatt Ähm Anstatt sich mal hinzusetzen Für Für 20 Minuten am Tag Um mal sich zu fragen Was sie eigentlich selber In ihrem Leben erreichen wollen Und Das witzige ist ja übrigens Auch bei all diesen Diesen Statusgespielen Ob es jetzt irgendwie um Um Geld geht Um Das schnellere Auto Um die dickeren Muskeln Und so weiter Das ist Zu einem gewissen Punkt Ähm Ist das ganz interessant dann Für Frauen So Weil du auf deinem Weg bist Und ab einem Punkt Finden das Frauen Überhaupt nicht mehr interessant Stattdessen abstoßen Das kippt dann Und dann finden das nur noch Männer interessant Das kennst du vielleicht Aus dem Aus dem Bodybuilding Wenn dann ähm Plötzlich Du machst das vielleicht irgendwie Um sexy für Frauen zu sein Was der falsche Antrieb ist Und stellst dann fest Du bist plötzlich nur noch sexy für Männer Und Frauen interessieren sich gar nicht dafür Wie du aussiehst Ähm Weil Frauen einfach anders ticken Wenn es darum geht Wie bin ich da gerade hingekommen? Status Ego Wenn du Wenn du Mehr das Wort Dürfen benutzt Statt müssen Bist du freier Bist du mehr in der Leichtigkeit Du bist weniger verkrampft Vor 40 Jahren ungefähr Haben einige Sportwissenschaftler Einige Athleten Interviewt Die Rekorde gebrochen haben Und haben festgestellt Dass diese Athleten Die Rekorde immer dann gebrochen haben Wenn sie es nicht versucht haben Wenn sie einfach nur Gemacht haben Aber wenn sie versucht haben Rekorde zu brechen Haben sie es nie geschafft In den meisten Fällen Haben sie es in den meisten Fällen nie geschafft In den meisten Fällen nie geschafft So Haben sie es in den meisten Fällen Nicht geschafft So Warum haben sie es in den meisten Fällen Dann nicht geschafft Wenn sie es Versucht haben Weil diese Athleten Dann zu viele Muskeln Angespannt haben Mehr Muskeln Als sie gebraucht hätten Weil sie sich bewusster Darauf konzentriert haben Und das ist Ego Das bewusste Nachdenken Das Überdenken Das Zerdenken Das Verkopftsein Das ist Ego Das ist Verkrampftheit Weil wir nicht dem Prozess vertrauen Wir wollen die Kontrolle haben Wir wollen kontrollieren Vielmehr Anstatt die Kontrolle haben Wir wollen kontrollieren Weil wir nicht dem vertrauen Wer wir sind Was wir können Und dass wir unser Ziel erreichen Deswegen versuchen wir Unseren impotenten Gott Im Kopf anzuspannen Und der spannt unsere Muskeln an Und dann erreichen wir unser Ziel Gerade erst recht nicht Weil wir Versuchen Die Realität zu verbiegen Weil wir etwas erreichen wollen Was vielleicht uns nicht Bestimmt ist Oder wir Wir spannen unsere Muskeln Oder zu viele Muskeln an Und das behindert uns daran Unser Ziel zu erreichen Stattdessen Und das ist auch Was wir euch Auf der In unserem Coaching Auch zeigen In den ersten drei Wochen Was wir dir In unserem Coaching In den ersten drei Wochen zeigen Die Leichtigkeit Das Flirten Ins Flirten kommen Leichtigkeit Ist diese Unabhängigkeit Die Die wir alle so gerne erreichen wollen Leichtigkeit Ist Selbstbewusstsein Zu wissen Dass wir Das sagen können Was wir sagen wollen Wann wir es wollen Das ist doch Wahnsinnige Freiheit Oder Und wir glauben uns dann Wir glauben dann oft Dass wir uns diese Freiheit Irgendwie erkaufen Müssten Oder sowas Dass wir irgendwie Diesen Diesen hohen Status haben Damit uns niemand mehr Was kann Aber Du kannst diese Freiheit Jetzt schon haben All diese Gedanken davon Irgendwie Was soll ich dieser Frau sagen Worüber soll ich mit ihr sprechen Die sind alle Alle Quatsch Du hast mit Sicherheit Schon mal Gespräche Von über zwei Stunden geführt Du hast mit Sicherheit Schon mal zwei Stunden Am Stück gesprochen Ohne Pause Über ein Thema Was dich wahnsinnig Fasziniert hat Aber dann kannst du Nicht zwei Sekunden Mit einer Frau sprechen Die du noch nicht kennst Wie ist das Möglich Der Grund ist Weil du dich zensierst Weil du glaubst Dass du nicht gut genug bist Und deswegen spannst du Mit deinem Impotenten Gott im Kopf Deinen Körper an Und spannst zu viele Muskeln an Bist nicht in der Leichtigkeit Bist super verkrampft Willst kontrollieren Und bist nicht du selbst Und damit nicht im Selbstbewusstsein Weil du im Ego bist Und da strahlst du aus Diese Verkrampftheit Wenn du überhaupt Zu der Frau hingehst Ja Wenn du überhaupt Dahin gehst Würdest du diese Verkrampftheit Ausstrahlen Und das würde zu genau dem führen Was du fürchtest Dass sie dir im Korb gibt Würdest du aber Gelernt haben Auf Menschen zuzugehen Würdest du Verlernt haben All diese Diese Programmierung Von Dass du das nicht darfst All diese Glaubenssätze Dieses Strohhaus Verlieren Und in ein Ein Steinhaus Umziehen Damit der Wolf Online oder Offline Frauen kennenlernen Frauen kennenlernen Quatscht Und sagt Du kannst das nicht Du bist nicht gut genug Die will sich überhaupt Nicht mit dir treffen Die will überhaupt Nicht von jemandem Wie dir angesprochen werden Und so weiter All das sind diese Glaubenssätze All das sind diese Gedanken Diese Gewohnheiten Die du dir immer wieder Fütterst Und du darfst erkennen Nicht du musst Du darfst Du darfst erkennen Welche Gewohnheiten Welche Gedanken Das sind Und wie du sie abstellst Und das Vollkommen liebevoll Weil Das ist kein Kein Muss Kein Druck Dann bekommst du Mehr vom selben Wie Wie Quatsch Wäre das denn Wenn Wir dir dann auch Noch mal mehr Druck Machen Im Coaching Oder du dir selber Daraufhin noch mal Mehr Druck machst Ich muss das jetzt erreichen Ich muss jetzt dies und das machen Schritt für Schritt Schritt für Schritt An der Hand Wie würdest du einem Vierjährigen Kind Dem gerade sein Eis Runtergefallen ist Wie würdest du mit dem reden Du würdest doch auch sagen Auf Augenhöhe erstmal Und sagen Alles gut Wir kriegen das hin Und genau so Darfst du mit dir reden Du würdest nicht mit dem Vierjährigen reden Du Du Idiot Was hast du jetzt schon wieder gemacht Kein Wunder Du bist Du bist Eis nicht wert Du wirst nie eine tolle Frau finden Guck dich doch mal an Wer du bist Guck dich doch mal an Wie du rumläufst Kein Wunder Dass keine Frau Mit dir Ein Date haben möchte So würdest du doch nicht Mit dem vierjährigen Jungen reden Aber so redest du mit dir Wie kann das denn sein Weil du glaubst Dass durch mehr Anspannung Mehr Druck Dass du dann dein Ziel erreichst Aber wie lange probierst du das schon Wie lange ist diese Strategie Schon deine Strategie Und zu welchem Ziel Hat sie geführt bis heute Mach mal einen Strich darunter Und Rechne mal aus Rechne mal aus Wie gut diese Strategie Für dich funktioniert hat Ich kann dir jetzt schon sagen Deine Strategie ist kacke Diese Strategie funktioniert nicht Leg die mal ab Sei mal gut zu dir Geh mal mehr in die Leichtigkeit Flirte mal mehr Mit Männern Mit Frauen Jung Ob alt Völlig egal Weil das Ding ist Wenn du Wenn du das ausstrahlst Wenn du Leichtigkeit ausstrahlst Wirst du diese Leichtigkeit Auf andere übertragen Und diese Leichtigkeit Wirst du von anderen übertragen Die bekommst du wieder zurück übertragen Und das nennen wir dann Selbstbewusstsein Du wirst am kollektiven Bewusstsein Du selbst Du wirst dir selbstbewusst Im Spiegel Im Austausch mit anderen Wir können kein Selbstbewusstsein Im stillen Kämmerchen entwickeln Wenn du den ganzen Tag Computerspiele spielst Ich hab nichts dagegen einzuwenden So Serien zu schauen Computerspiele zu spielen Alles cool Aber dann brauchst du dich nicht wundern Wenn du das exzessiv Und jeden Tag machst Und nicht aus dem Haus kommst Und nicht mit Menschen sprichst Brauchst du dich nicht wundern Wenn du kein Selbstbewusstsein hast Dann bist du sehr im Ego Dann bist du entweder Ich bin viel besser als alle anderen Oder andere sind besser als ich Scham oder Stolz Und Dazwischen halt liegt die Angst Die Angst vor dem nächsten großen Schritt Die Angst Die Dinge zu tun Die dein Herz wirklich möchte Das Gegenteil von Angst Ist Liebe Und Liebe ist Selbstbewusstsein Und dafür Sind die Glaubenssätze wichtig Die Glaubenssätze bestimmen Das ist der Zirkelbezug Von dem ich vorher noch gesprochen habe Die Glaubenssätze bestimmen Welche Taten Wir aufgrund unserer Gedanken Und Gefühle machen Glaubenssätze sind Glaubenssätze sind Entsprechend wie eine Art Gewohnheit Du denkst Da ist eine hübsche Frau Sie löst eine Aufregung Eine Ehrregung in dir aus Und weil du von dir weißt Weil du den Glaubenssatz hast Dass du gut bist Dass du gut genug bist Erstmal Oder dass jede Frau Die du siehst Oder jede Frau Auf die du stehst Vielmehr Jede Frau auf die du stehst Steht auch auf dich Weil du das weißt Gehst du da locker hin Flirtest mit ihr Und holst ihre Nummer Oder holst ihre Nummer nicht Aber es wird dir nicht auffallen Weil du weißt Dass jede Frau Auf die du stehst Auch auf dich steht Du bist in der Fülle Du brauchst ihre Nummer nicht Und du wirst automatisch Zum Beispiel Falls sie dich ignoriert Falls das passiert Und das wird sehr selten passieren Wenn du in diesem Selbstbewusstsein bist Wird es dir erstmal Gar nicht mehr auffallen Und zweitens Wenn sie dich ignorieren sollte Wirst du das direkt Innerhalb einer Millisekunde Uminterpretieren In etwas selbstwertförderliches Anstatt dass du wieder denkst Ach, das ist der Beweis dafür Dass sie mich nicht mag Das ist der Beweis dafür Dass ich abstoßend bin Nee, du wirst das Uminterpretieren in vielleicht Okay, das ist schon süß Dass sie Dass sie so schüchtern ist Dass sie von einem Mann wie mir Nicht angesprochen Oder nicht sprechen kann Weil sie so nervös ist Du wirst es irgendwie Uminterpretieren In etwas Etwas Positives Für dich Und das ist die ganze Magie Du erschaffst Deine eigene Realität Du erschaffst Deine eigene Realität Mit den Dingen Mit denen Die du dir fütterst Und Beweise dafür findest Um deine Gewohnheiten Zu erschaffen Und wenn du nicht heute da bist Wo du bist Mit Frauen In deinem Leben Dann hast du Eine ganze Menge Unbewusster Gewohnheiten Die wir dir auflösen müssen Und dafür brauchst du Die Hilfe von außen Und im besten Fall Ist das ein Coach Und neben den Gewohnheiten Sind es ganz klar Die Dinge Die du tust Die du denkst Und die du dir selber fütterst Die Beweise Die du findest Die Glaubenssätze Die du dir aufbaust Und deswegen Ganz 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 wichtig Und Du bist herzlich eingeladen Dazu Der 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 erste Link In der Beschreibung Ob das hier im Podcast ist Oder auf YouTube hier Führt zu unserem Nächsten Live Event Ist ganz ganz günstig Wir haben es Ganz ganz günstig gehalten Damit wirklich jeder Daran teilnehmen kann Ist der erste Link Klickst du drauf Holst den Platz Es gibt nicht mehr viele Plätze Das nächste Live Event Findet nämlich statt Schon im Oktober Am 6. bis 8. Oktober Werden Andi Ich und Makako sein Und An diesem Wochenende Werde ich dir so Die Glaubenssätze Da rausdrehen Es wird noch eine kleine Gruppe Eine kleine exklusive Gruppe Geben Wofür ihr euch bewerben könnt Eine kleine Gruppe mit mir Wo wir in einem Abgeschiedenen Raum sind Und Wo ich mit euch Eine Bio-Feedback-Übung mache Oder ist eigentlich Keine Übung In dieser Mit dieser Bio-Feedback-Übung Werden wir eure Glaubenssätze Innerhalb von kurzer Zeit Komplett Auflösen Das ist eine Sache Die Die super scary ist Also positiv scary Ich bin immer noch sehr Was heißt immer noch Ich bin sehr begeistert davon Als ich sie gelernt habe Auf einem Event War War dort eine Frau Die hatte ganz ganz große Angst Vor engen Räumen Also Klaustrophobie Nennt man es glaube ich Genau Klaustrophobie ist die Angst Vor engen Räumen Und Angora Angora Agoraphobie Agoraphobie ist die Angst Vor großen Plätzen Platzangst Ist die Angst Vor großen Plätzen So Also hatte Klaustrophobie Und Dieses Event Hat so im Zweiten oder dritten Stock In dem Gebäude Stattgefunden Und in der Pause Ist sie dann immer Hat sie immer Die Treppe runtergenommen Und dann Hat sie diese Übung gemacht Und hat dieses Bio-Feedback Bekommen Und dann ist sie Bei der nächsten Pause Einfach ohne nachzudenken In den Aufzug gestiegen Und ist dann mit dem Aufzug Wieder hochgefahren Und hat gesagt so Ich bin dann mit dem Aufzug gefahren Völlig selbstverständlich Diese Angst war plötzlich weg Und diese Angst ist ein Glaubenssatz Ja Das machen wir mit dir Mit einer kleinen ausgewählten Gruppe Dafür kannst du dich dann bewerben Auf diesem Event Aber komm erstmal generell zum Event Das wird dir alleine schon Schon Die Hutschnur Aus dem Nippel ziehen Wir sind ab sofort ein Sprichwort Klick auf den ersten Link Die FMC Live Die Flirt Masterclass Live Ist Immer Ein Highlight Die meisten Plätze sind Schon an unsere An unsere Teilnehmer Aus Abgegangen Die schon bei den letzten Beiden Malen dabei waren Die können Die sind jetzt schon Feuer und Flammen Die können es kaum erwarten Jetzt schon wieder Dahin zu kommen Weil es Immer ein Highlight ist Weil es immer ein krasses Event ist Die Männer sind 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 Die geben Gas Also wir haben vor Einigen Folgen Vor Fünf, sechs Folgen Haben wir mal Eine Folge über die Die FMC Live gemacht Und da sind einige Geschichten passiert Hör sie dir mal an Die Folge von vor Weiß nicht Fünf, sechs Wochen oder so Und Boot dir dein Ticket Ja Wir arbeiten dann Gemeinsam zusammen Für einen ganz kleinen Preis Wir sehen uns live Und wir ziehen deine Glaubenssätze Die negativen Glaubenssätze Aus dir heraus Und verändern sie durch positive Denn Wie du jetzt weißt Deine negativen Glaubenssätze Sind das Strohhaus Und du brauchst Du möchtest gerne Das Steinhaus haben Ja Das wünsche ich dir Und mit diesen Worten Und dieser kurzen Schnellen Folge Weil Andi Von mir alleine Weil Andi Gerade noch Mit einer Erkältung Im Bett liegt Oder etwas Schlimmerem Als eine Erkältung Auf jeden Fall kann er nicht sprechen Das ist ganz witzig Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt Und ich musste Ich musste sehr sehr nah An Sandy gehen Um diese Sprachnachricht abzuhören Also wir wünschen Andi alles Gute Beim nächsten Mal ist er wieder dabei Und dir wünsche ich viel Spaß Und wir sehen uns auf der FMC Live Bis zum nächsten Mal ist er noch mal Bis zum nächsten Mal ist er noch ein paar Bis zum nächsten Mal ist er noch mal